Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends im Update Video. Heute scheint hier leider keine Sonne, sondern es regnet. Das merkt man auch im Update. Die haben nämlich ein ziemlich kleines Update bekommen, wundert mich aber nicht, da ja Freitag der 1. April ist und sie sich da wieder irgendeinen Blödsinn bestimmt ausdenken, den sie höchstwahrscheinlich morgen ankündigen werden, dass es eben dann am Freitag kommt, aber nie kommen wird. Aber wir wissen es, da kommt sich irgendein geiler Blödsinn, da bin ich morgen schon sehr, sehr gespannt und anscheinend, warum auch immer, bekommen wir morgen einen neuen Banner. Morgen und nicht heute. Warum Legends? Warum? Also es ist ein sehr, 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 sehr merkwürdiges Update, Leute, das kann man auf jeden Fall nicht anders sagen. Eine Sache vorweg, seit gestern oder vorgestern, ich weiß nicht wann genau, hat sich schon wieder was geändert in Bezug auf euren Charakter, der im Hintergrund eingeblendet wird. Wenn ihr auf Menü geht, auf Sonstiges, auf Status, dann seht ihr jetzt nämlich hier, euer Favorit wurde rausgeworfen. Jetzt ist es nämlich wieder so, der Charakter, der als erstes in deinem gerade aktiven Team ist, wird im Hauptmenü eingeblendet. Jetzt musst du wieder einen Favoriten auswählen, damit du immer zum Beispiel diesen Charakter siehst und keinen anderen. Ich weiß nicht genau, warum sie es gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute es einfach nicht gecheckt haben, wie man das ändert. Und sie deswegen gesagt haben, scheiß drauf, wir machen es wieder so, dass automatisch der Leader des jeweiligen aktiven Teams, der Kapitän, im Hintergrundbild zu sehen ist. Und für alle, die es eben checken, die können es sich auswählen, wen sie immer sehen wollen. Irgendwie so fühlt es sich an, als wären alle dafür zu blöd gewesen. Finde ich ein bisschen fies, aber okay. Sie haben es geändert und jetzt wisst ihr auch Bescheid, warum zum Beispiel jetzt nicht euer gewisser Charakter im Hintergrund zu sehen war. Na, dann Leute, was haben wir denn überhaupt heute Neues? Es ist natürlich, wie gesagt, nicht so viel, aber es gibt ein paar Dinge, die wir besprechen müssen. Erstmal hier, genau, hier war das Update. Hier steht es auch. Es wurde die Option Keiner in Mein Charaktereinstellung hinzugefügt. Wird als Favorit Keiner ausgewählt, wird am Startbildschirm automatisch der Charakter, der an erster Stelle der derzeit ausgewählten Gruppe steht, angezeigt. Und wie gesagt, genau das habe ich euch jetzt erklärt. Die haben es einfach wieder geändert. Wie gesagt, ich glaube, die meisten Leute haben es einfach nicht verstanden, warum Charlotte zum Beispiel im Hintergrund ist und wie sie ihn wegkriegen. Sie haben es einfach nicht verstanden. Dann Neues zum heutigen Update. Ihr seht es, Aktualisierungen einfach nur von ein paar Dingen. Ist jetzt nichts Spannendes dabei. Dann das nächste Punkt, wir Legends Weekend, wissen wir immer. Also ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht. Warum muss man das jedes Mal im Update ankündigen? Hey, übrigens, am Wochenende ist Legends Weekend. Und wir dann immer so, ach was, ach so, ja dann, also wie gesagt, das verstehe ich nicht. Muss nicht sein. Dann die Zenkai-Erweckung von Metal Cooler. Und Freezer ist wieder da, heißt mit 20 Zeitkristallen pro Tag einmal könnt ihr verbilligt wieder eure Zenkais ziehen. Ist okay, kann man machen, wenn man den jeweiligen Charakter Zenkai erwecken will und ihn auf 7 Sterne hat. Weil ihr wisst ja Bescheid, alle die ja neu rauskommen, die kann man ja easy, free to play Zenkai erwecken. Aber die alten, die musst du halt mit Zeitkristallen. Dann, Ultra Dimensions Rush Zenkai Event hat wieder begonnen, heute am 30.03. Ihr könnt wieder durchsuchten und euch Medaillen verdienen. Auch hier wieder einige Aktualisierungen der Dinge, die man sich eintauschen kann. Also einfach wieder rein in die Events, Outdoorplay durchlaufen lassen. Holt euch die Rush Limited Ticket und ab geht die Party. Dann, genau, das Wichtigste heute. Wir jagen die Glückseier. Wir, als echte Wehrhasen, sind natürlich auch gefühlt Osterhasen. Und müssen natürlich unsere Eier bemalen und verschenken an glückliche Frauen. Auf jeden Fall, Leute, wir haben die Glückseier. Pan, ah, nicht Pan, Videl und Mr. Satan, warum auch immer die beiden, sind unsere Glückseier, Botschafter, Bemaler, was auch immer. Und jetzt haben wir vier Seasons lang, bis 27.04., also einfach komplett über Ostern sozusagen, vier Wochen Abenteuer spielen, wo wir unter anderem bunte Eier sammeln müssen. Und ein extrem böser Übersetzungsfehler. Und zwar sollen wir Kaninchenfiguren sammeln. Ich weiß nicht, ob man auf YouTube den Mittelfinger zeigen darf, deswegen lasse ich es lieber. Aber das sind keine fucking Kaninchen, das sind Hasen. Das sind Hasen. Das sprangere ich so hart an. Das sind Hasen. Wir sammeln natürlich als Wehrhasen-Community Hasen. Auf jeden Fall, die ganzen Sachen könnt ihr euch wieder eintauschen, natürlich gegen, wie seht's, Tickets und so weiter und so weiter. Wir bekommen täglich wieder die Login-Bonus-Tickets, die 23 Stunden. Bei Beerus müssen wir uns die 7 Stunden holen, bei Kaba die 3 Stunden und in der Tauschbörse vom i-Event die 1 Stunden Abenteuer. Ihr könnt das Ganze wieder im Outdoor-Dings machen. Ihr seht, ihr bekommen auch Tickets für den Legends All-Star-Banner Nummer 13, der morgen kommt. In Season 2, nicht in Season 1, komischerweise. Hm, okay. Und wie gesagt, wir jagen da ganz brav die Eier. Und das Beste daran ist der Titel, und zwar der Eierjäger. Das ist der Titel für Frauen, der Eierjäger. Finde ich gut, finde ich gut. So hat jeder was davon. Dann, endlich, das nächste Turnier der Kraft hat gestartet. Nachdem ich gefühlt fast mit Energie voll war im Turnier der Kraft, weil ich nicht spielen durfte, weil das Turnier verlängert wurde durch gewisse Fehler. Ich habe keine Ahnung, welche Fehler, ich habe davon nichts gemerkt. Aber endlich wieder kann man Turnier der Kraft spielen, durchzocken und sich Free-to-Play-Zeitkristalle easy holen. Leute, einfach durchrushen, nach oben durchfährt. Ihr wisst Bescheid. Es lohnt sich einfach. Punkt. Kampf in holler Kraft. Was wurde da jetzt aktualisiert? Nichts. Doch. Genau. Ah, die gehen jetzt länger. Genau. Bis 7.4. geht nun das Topo-volle Kraft und das Sheeran-volle Kraft-Event. Es wurde verlängert. Auch beim Turnier der Kraft stand sowas dabei. Ähm, letztendlich der veröffentlichten Kraft wurde der Veröffentlichung auf dem 7.4. verschoben. Okay, auch Turnier der Kraft wurde etwas verschoben, aber 7.4. passt der überhaupt nicht. Hier, bei dem Text verstehe ich es nicht, was ich mit 7.4. meine. Egal, so oder so. Wir hatten anscheinend einige Probleme. Deswegen wurden Dinge verschoben. A.K.A. Dinge wurden verlängert. Ist ja okay. Ne? Länger, Sheeran und Topo aufs Maul halten. Ähm, wirklich schweren Modus. Kampf in voller Kraft. Ist doch okay. Wer was vor allem jetzt machen will, der sollte den Modus auf jeden Fall spielen. Ähm, der Legends Limited Banner, wo ich schon gezogen habe, meine Freundin Diana gezogen hat und auch Eva dort gestern gezogen hat, wenn ihr die Videos gesehen habt. Der ist noch da bis 2.4., also nicht mehr lange. Ne? Rein da in den Banner. Ich kann ihn nur empfehlen. 5 mal 10, 5000 Zeitkristalle und ihr habt Minimum 5 Legends Limited Charaktere. Das ist schon eine arschgeile Nummer. Dann, genau. Hier oben, das letzte für heute, was wir noch haben. Und zwar, ich hab auch Angst manchmal, dass das jetzt Verarschung ist, ne? Ich hab oft Angst, dass es eine Verarschung ist. Alleine nämlich schon aus einem Punkt. Das Ganze geht bis 2.8. 2.8. Das find ich ein bisschen mysteriös. Die Super-Angriffe von Wiz sind ultra stark. Die Künstekarten von getroffenen Genern werden gemischt und bleiben für die Dauer des Effekts verdunkelt. Ist das, ist das echt? Oder ist das ein April-Scherz? Ich kann mir da nie, bin mir da nie so sicher. Wisst ihr, wie ich meine? Es sieht natürlich alles legit aus, ne? Es sieht alles okay aus. Weil, es ist ein Legends-Oyster-Banner. Wir bekommen die Tickets bei den Abenteuern. Aber, es geht bis 2.8. Das ist so etwas, was mich echt verwirrt, Leute. Es ist August. Ich weiß nicht so recht. Verarschen Sie uns? Ist das echt? Ich weiß es nicht. Aber so oder so, das Ganze soll ja morgen starten. Wenn es morgen startet. Ich denke aber schon. Aber ich bin auch gleichzeitig verwirrt. Wir haben hier einen Golden Freezer in der T-Pose. Auch das könnte ein Zeichen sein, dass es irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich tue mir so schwer, ob das echt ist oder ein April-Scherz ist. Auf jeden Fall. Wiz haben wir auch mit dabei. Haben wir gesehen. Göttliches Key-Anger. Wiz-Parking. Also, wenn der Banner echt ist, freue ich mich den Arsch weg, weil... Wiz sieht mir ja cool aus in Sparking. Zeitlich limitiert Spezialmissionen. Scheide erhalten, wir haben frei. Nutzbelohnung schafft die Grenze, aber wenn du von zwei Stunden erfüllst. Ja, die Spezialmissionen kennen wir ja. Die kosten immer zwei Kristalle. Tickets. Auch das sieht legit aus. Hier, bis 15.05. gehen die Tickets. Das sehe ich eher als realistisch. Also, entweder... Haben die sich einfach nur verschrieben mit dem 2.8. Oder die wollen es verarschen. Ich bin mir da echt noch so unsicher. Ich bin mir da echt so unsicher. Haut um die Meinung in die Kommentare. Denkt ihr, da ist etwas fishy dran? Oder denkt ihr... Passt schon. Wird schon legit sein. Das würde mich echt mal interessieren. Was sagt ihr dazu? Haut es mal in die Kommentare. Warum kommt er nicht heute? Warum kommt er morgen? Warum soll er bis 2.8. gehen? Wird es wirklich so sein, dass die Karten verdunkelt sind? Und warum kann sowas wissen? Und so weiter. Lass mal uns ein bisschen in den Kommentaren diskutieren. Ist das echt oder nicht? So oder so. Könnt ab heute, wie gesagt, Turnier der Kraft wieder zocken. Ihr könnt Ultradimension-Srush-Event wieder zocken. Viel mehr Neues haben wir nicht. Morgen kommt der neue Banner. Vielleicht. Dann werden wir für ein Opening machen, denn ich habe Bock auf alles. Und wir werden uns angucken, was wird dieses Jahr das April-Event. Aber wie gesagt, vielleicht ist das auch schon April-Scherzen. Wir werden jetzt schon verarscht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht bei Dragon Ball Legends. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Däumchen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Viel Spaß mit den Videos der letzten Tage. Jetzt auf der Endcard. Und wir sehen uns spürstens morgen wieder. Haut rein. Genießt das kleine Update. Und ciao. Auf Wiedersehen.